Der Autofuchs wird auch Ihnen den Spaß am Autofahren zurückgeben. Lassen Sie sich nicht länger von Autoverkäufern, Werkstätten und Verkehrsbehörden auf der Nase herumtanzen. Entdecken Sie neue, kaum bekannte Wege zum Kaufpreis und Unterhaltungskosten beim Auto drastisch zu reduzieren. Bremsen Sie die Störquellen aus, die Ihnen die Freude am Fahren nehmen. Ist das Auto ein notwendiges Übel für Sie oder ein Faktor, der erheblich zur Steigerung Ihrer Lebensfreude beiträgt? Oder ordnen Sie sich irgendwo dazwischen ein? Wie auch immer, in einem werden Sie mir zustimmen. So ein Auto verursacht Kosten, immense Kosten und zwar immer mehr. Angefangen beim Kauf über das Tanken und den Unterhalt bis hin zur Reparatur. Überall wird Ihr Portemonnaie nach Kräften erleichtert. Aber in dieses Schicksal müssen Sie sich nicht widerstandslos ergeben. Lesen Sie meine abgefahrenen Ratgeber, der Autofuchs. In diesem Buch steckt jede Menge Erfahrung und das buchstäblich. Denn in meiner früheren Tätigkeit als Taxifahrer und Bauunternehmer war der Kilometerzähler am Tacho mein treuester Begleiter. In dieser Zeit habe ich so einige Spartricks gelernt. Schließlich hatte auch ich kein Geld zu verschenken. Also habe ich zugesehen, dass ich mich wie A, wie Autokaufen bis Z, wie Zündung einstellen, wirklich zum Geizkragen entwickelt habe. Denn ich sehe nicht ein, dass ich fürs Auto mehr ausgebe als ich muss. Vom Pfennigfuchser zum Autofuchs. Dieser Weg war dann nicht mehr weit. So kann ich Ihnen heute einen Ratgeber präsentieren, mit dem Sie Kosten und Ärger rund ums Auto auf ein Minimum reduzieren. Und endlich die Freude am Fahren wiederentdecken. Die Vorteile des Buchs auf einen Blick. Es verbindet Fahren mit Sparen. Hohe Autokosten sind kein Schicksal. In so gut wie jedem Bereich, in der es um Ihr liebstes Kind geht, können Sie kräftig auf die Ausgabenbremse treten. Geben Sie nicht mehr aus als nötig. Beim Kauf, beim Tanken, in der Werkstatt. Lassen Sie sich von niemandem mehr ein X für ein Ufer machen. Es ist praxiserprobt. Sie brauchen weder Schrauben noch Rechtsverdreher zu sein, um meine Tipps umsetzen zu können. Alle Schritte sind in einfachen Worten beschrieben, sodass Sie jedem davon leicht und rasch verfolgen können. Es hilft Ihnen sogar, wenn das Auto in der Garage steht. Ein nicht unerheblicher Kostenfaktor sind die Verwarnungsgelder und Co. Auch hier hilft Ihnen der Autofuchs, nicht tiefer in die Tasche zu greifen als nötig. Es gibt viele Wege, sich gegen behördliche Anordnungen zu wehren und die damit verbundenen Geldausgaben drastisch zu reduzieren. Mein Buch zeigt Ihnen diese Wege. Es gibt Wichtigeres, als sein ganzes Geld dem Auto zu opfern. Setzen Sie die Ratschläge aus dem Autofuchs um und genießen Sie deutlich mehr finanzielle Freiheit in anderen Bereichen. Alle Hilfsmittel, die im Buch beschrieben werden, bekommen Sie kostenlos auf CD-ROM oder mit dem Download-Paket. So können Sie ohne Zeitverlust damit anfangen, jede Menge Kosten rund ums Auto einzusparen. Weitere kostenlose Informationen und Neuigkeiten zum der Autofuchs finden Sie auf der Erfolgs-Online.de. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Wie ist Ihr Wolfgang Grademacher